Seit fast einem Jahr ist mein Balkonkraftwerk nun in Betrieb und mittlerweile habe ich damit ein paar Erfahrungen gesammelt und Dinge gelernt. Grundsätzlich bin ich mit der Mini-Photovoltaikanlage sehr zufrieden. Es gibt aber trotzdem vier Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich heute nochmal ein Balkonkraftwerk kaufen würde. Nummer 1. Ich würde andere Solarmodule kaufen. Meine beiden Module haben jeweils nur 345 Watt Peakleistung. Es gibt aber Module, die haben 400 Watt oder teilweise auch 420 Watt Leistung und sind dabei nicht wesentlich größer als meine Module. Vor einem Jahr war die Auswahl gering aufgrund der Lieferengpässe. Mittlerweile sieht das schon wieder etwas besser aus. Wenn ich heute nochmal ein Balkonkraftwerk kaufen würde, dann würde ich darauf achten, dass die Module mehr Leistung haben. Im Sommer unter optimalen Bedingungen mag das vernachlässigbar sein, denn die 2x345 Watt meiner Module, also 690 Watt Spitzenleistung insgesamt, die werden bei Erreichen sowieso durch den Wechselrichter auf 600 Watt beschränkt. Im Herbst oder Winter können größere Module mit mehr Leistung aber sinnvoll sein, um etwas mehr Reserve zu haben. Denn in der Jahreszeit bei wenig Sonnenschein wird die angegebene Maximalleistung der Module nicht erreicht und jedes zusätzliche Watt hilft. Die zweite Sache, die ich anders machen würde oder zumindest nochmal überdenken würde, ist der Standort. Meine Module sind mittlerweile auf dem Carport montiert und nach Süden ausgerichtet. Damit habe ich zur Mittagszeit den größten Stromertrag. Das ist für mein Nutzungsverhalten auch in Ordnung. Etwas unterschätzt habe ich allerdings das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wenn die Sonne sehr tief steht, ist der Schattenwurf vom Haus größer als ich angenommen hatte. Die meiste Zeit ist das zwar kein Problem, aber von Ende November bis Ende Februar ist zumindest teilweise ein Modul bei mir verschattet und sorgt dadurch für einen geringeren Stromertrag. Realistisch betrachtet ist das Mangelsplatz nach wie vor mein bester Standort auf dem Carport. Aber das untere Modul ist zumindest für drei Monate im Jahr alles andere als perfekt platziert. Die dritte Sache, die ich anders machen würde, wenn ich heute nochmal ein Balkonkraftwerk kaufen würde, betrifft die Montage. Ich hatte mich für ein Flachdachaufständerungssystem entschieden. Allerdings wollte ich keine Ballastierung machen, also die Aufständerung nicht mit Steinen auf dem Carport beschweren. Zum einen aufgrund der Dachlast und zum anderen habe ich ein besseres Gefühl, wenn das System fest mit dem Carport verschraubt ist. Deshalb habe ich am Ende eine relativ aufwendige Konstruktion mit drei zusätzlichen Aluprofilen gemacht, an denen die Aufständerung festgeschraubt ist. Die fertige Aufständerung ist nicht ganz günstig und zusammen mit den langen Aluprofilen und dem Speditionsversand habe ich fast die Hälfte der Kosten für das Balkonkraftwerk nochmal für das Montagematerial ausgegeben. Gut 47% von dem, was die Solarmodule und der Wechselrichter zusammen gekostet haben. Auch wenn mir die Aufständerung gefällt und ich zufrieden damit bin, frage ich mich im Nachhinein dennoch, ob es nicht auch ohne gegangen wäre. Insbesondere da ich sowieso die Aluprofile verschraubt habe, hätte ich die beiden Module auch flach daran anbringen können. Der Stromantrag wäre dadurch vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber die Kosten wären deutlich geringer gewesen und die Amortisationszeit für das Balkonkraftwerk dadurch am Ende vielleicht trotzdem kürzer. Die vierte Sache, auf die ich achten würde, wenn ich nochmal ein Balkonkraftwerk kaufen würde, betrifft das Aussehen der Solarmodule. Aufgrund der Lieferengpässe habe ich auch hier damals Kompromisse bezüglich der Optik der Module gemacht. Am liebsten hätte ich komplett schwarze, also Full Black Module gehabt, wo auch das weiße Raster der Solarzellen nicht mehr sichtbar ist. Meine hier werden unter dem Begriff Black Frame verkauft. Ich hoffe dieses Video war nützlich. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.